Während Spieschek nachsucht, beobachtet Jagdführer Mirek auf einer der zahlreichen Wiesen Rotwild. Das Forstamt Schawowo scheint im September ein einziger Brunftplatz zu sein. Guter Anblick, aber zu junge Hirsche an diesem Morgen. Wurde, ha? Wurde, wurde, Gupf. Abweish, proszę. Wurde, Gupf. Wurde, Gupf. Im Nachbarrevierteil fällt ein Schuss. Es ist jetzt 6 Uhr früh. Nach der Morgenpirsch pflegt man sich, in der Unterkunft zu treffen, um die Erlebnisse auszutauschen. Der besagte Schuss wurde von einer Jungjägerin aus Luxemburg abgegeben. Der Bruch am Hut signalisiert Weidmannsheil. Nicht jeder kam an diesem Morgen zu Schuss. Aber ein kräftiges Frühstück tut allen gut. Die beiden gestreckten Hirsche werden nun in einer gemeinsamen Fahrt geborgen. Das übernehmen die Jagdführer mit dem Geländefahrzeug des Forstamtes. Wir haben einen Schuss. Wir haben einen Schuss, nicht wahr? Oh, wie sagt sie mir, du? Oh! 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 Wie viele? Wie viele? 12. 12. 25. Ein bisschen mehr. gör 놀라иком. Wásse Kindler. 100-17. 20. En trip? 20. Erstens. fast. 20. Er tired. 30. Erziehung. Nun kehrt wieder die Ruhe ins Revier zurück. In der eigens dafür eingerichteten Försterei wird das Wildbrät sofort weiter versorgt. Es gibt eine forstamtseigene Kühlkammer und die Jagdführer sind ein eingespieltes Team. Die Gattin eines Jagdführers übernimmt das Wiegen und notiert sorgfältig die Wildbrettgewichte. Die Gäste zahlen allerdings nach dem später ermittelten Geweihgewicht. Masuren ist das Land der 3000 Seen, die blausilbrig in der Herbstsonne glitzern. Das wissen auch die Angler. Denn besonders in diesem Teil Polens ist Angeln fast ein Volkssport. Musik Jetzt im Frühherbst haben es die Petri-Jünger speziell auf Hechte abgesehen, die mit Spinner und Köderfisch beangelt werden. In Masuren kann man von extensiver, kleinstrukturierter Landwirtschaft sprechen. Das macht die Landschaft besonders vielfältig. Wald- und Feldbiotope sind in kopiertem Gelände miteinander vernetzt. Aber wie lange noch? Vielleicht nur bis zum geplanten Eintritt in die Europäische Union. Nicht selten werden Kartoffeln noch mit Pferden gerodet. Musik Auch die Milch wird zum Teil noch mit dem Pferdefuhrwerk zu den Sammelstellen gebracht. Musik Hier spürt man noch eine Art Lebensqualität, die in Deutschland spätestens mit dem Wirtschaftswunder der 50er Jahre verloren ging. Musik Selbst über Tag steht das Rotwild auf den Waldwiesen. In diesen Wäldern herrscht absolute Ruhe. Musik Im Forst am Czawowo bewirtschaftet man das Rotwild auf besondere Art, die sich von vielen anderen Rotwildgebieten Polens erheblich unterscheidet. Spiszczek entwickelt seit ungefähr zehn Jahren ein Rotwild-Bewirtschaftungsmodell, das für Polen beispielhaft ist. Musik Als ich vor 20 Jahren anfing, bei der Staatsforstverwaltung zu arbeiten, hatten wir beim Rotwild eine starke Reproduktion. Die Hirsche waren stark und ihre Geweiher auch, die Brunften waren fantastisch. Danach gab es neue Richtlinien der Staatsforstverwaltung und wir fingen an, beim männlichen Rotwild massiv in die jungen Altersklassen zu greifen. Es kam vor, dass wir 65 Prozent der jungen Hirsche erlebten. Die Konsequenz war, dass wenige Hirsche über die Mittelklasse in die Altersklasse hineinwuchsen. Die Hirsche waren genauso zahlreich wie vorher, aber es gab kaum noch Platzhirsche. Jagdbare Hirsche waren so gut wie nicht vorhanden. Wir haben uns dann mit diesem Problem beschäftigt. Die Antwort war einfach. Um wieder eine bessere Altersklassenstruktur bei den Hirschen zu erzielen, mussten wir aufhören, in die Jugendklassen intensiv einzugreifen. Einer unserer Kollegen hatte nämlich herausgefunden, dass nur bei Schonung der jungen Hirsche die Anzahl der Geweihe ab dem fünften Kopf zunehmen würde. Aus diesem Grund haben wir die Bejagung der jüngeren Altersklassen drastisch verringert. 1994 schossen wir noch 50 Prozent junge Hirsche, voriges Jahr nur noch 20 Prozent. Heute schon trägt diese Politik ihre Früchte. Die Hirsche ab dem fünften Kopf, also diejenigen, die schon recht ordentliche Geweihe schieben und vor allem aktiv am Brunftbetrieb teilnehmen, werden immer zahlreicher. Jedes Jahr erhöht sich die Anzahl alter Hirsche. Schon innerhalb dieses kurzen Zeitraumes ist der Anteil auf 35 bis 40 Prozent gestiegen. Vor drei Jahren hatten wir bloß zwei Prozent alter Hirsche ab dem zehnten Kopf. Heute sind es immerhin schon sieben bis zehn Prozent. Das zeigt deutlich, dass unsere Politik richtig ist. Die Schonung der jungen Hirsche ist die einzige Möglichkeit, einen höheren Anteil reifer Hirsche zu bekommen. Wir haben also gut daran getan, die damaligen Richtlinien der Forstverwaltung nicht einzuhalten. Wir haben also gut für die Machen, wie wir die Bögen des 전en Klasen. Wenn wir die Kindheit zahnen können, dann haben wir die Schönheit, die So jung, no i jaren, um gerade fitzrennen. Das war so, die Geschichte von Rotwild in Johannesburg heute ist welche, ungefähr 1850, die ganze Rotwild war hier totgeschossen, gewildert, ich weiß nicht. Und Anfang 1900, die Wiede gesetzt ist Rotwild hier. Und dann nach diesen 100 Jahren, wir haben schon, wir schätzen Johannesburg heute ungefähr 6.000 bis 4.000, schwer zu schätzen, ja, ein Stück Rotwild. Heute Morgen soll durch dichte Erlenbrüche entlang von Moorflächen und durch Mischwälder gepirscht werden. Es hat Bodenfrost gegeben, ein vielversprechender Brunftmorgen. Die wichtigsten Brunftplätze sind als Wildruhezonen ausgewiesen. Die Hirsche werden auf den altbekannten Wechseln verhört, dann versucht man sie anzupirschen. Diesmal überrascht die Jäger ein mittelalter, gut veranlagter Hirsch. Das Ziel heute Morgen ist, bis an eine sehr abgelegene Moorfläche heranzukommen. Es gibt keinerlei Wege. Dafür müssen dichte Birkenwälder durchpirscht werden. Es geht an einer Waldwiese vorbei, auf der ein junger 14-Ender meldet.